den habe ich es besorgt also voll rein als er sich so groß gemacht hat nein ich habe nicht besorgt gesagt ich habe den habe ich angeschossen wo ist läuft der ander lang läuft der ander lang noch mal die machen die szene glaube ich weg hier bewegt dich wirst an der lang gelaufen hier hinten oder was nein lass mich springen wow 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 krasse scheiße jetzt hast du überhaupt die als wir wenden ground it struck me that my city was now foreign and hostile place i felt safe here in the darkness of the metro more so when bourbon claim to have friends at dry station das war gegen die schrecke bitte nicht das hat er gesagt hat er schickt jetzt geht mir nur ein euro ja ich nix dagegen hast du schon mal Outlaws gespielt nie habe ich nicht ich habe ich habe aber andere streamer gesehen wie sie gespielt haben das ganze spiel von anfang bis ende um ist interessant aber zum selbst spielen wäre das nicht für mich da kann man nichts machen da kann man nur dumm weglaufen irgendwie dumm weglaufen und die kamera in der hand halten ich muss dann schon ich muss dann schon irgendwie bewegen mich können zuhauen schlagen nicht unter dem bett verstecken oder in irgendwie so einen komischen schrank da kann man vielleicht kann man irgendwie zu wenig machen zu selbst nur weglaufen ist nicht so mein stil ihr seht es ja weglaufen ist eigentlich nichts hier genau bis er millionär stimmt ja passt ja so ist halt ist halt mein achieve des lebens millionär werden so vor dem herzinfarkt liegen ja sich besorgen und so mehr ist gespannt für den tipp hier ich dachte wir müssen sie schaffen aber dass wir was wieder feige abhauen wieso pust ist hätte ich mir nicht gedacht wieso feige leute diese so einfach abhauen und weglaufen im kampf stellen weißt ja ich habe ich muss sagen dass mit dem mit dem kreislauf und dem ganzen wird wenn es dunkel wird wird es besser zugegen elf zwölf je später der abend die nacht wird das so besser wird bei mir so wie ich mich fühle persönlich holt wer bist du holt wer bist du ich habe jetzt nicht alle tüten auf geht's wir sind nicht mehr nur mit wir finden sie ist leute mensch das ist der andere geprügelt worden ich hätte die alle erschossen einfach so ja sattdruck ha 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 du bist ja verrückt hier ich hier ganz gespannt boah da danke für den euro super geile sache was hast du jetzt ha 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 ja es ist eine es ist eine ak endlich noch ausgerüstung danke dir echt geile sache super der hammer noch ein euro geil langsam komme ich den millionär soll ich nicht tauscht lieber die aus oder gehst du die braucht die gleiche munition deswegen gex ich hab dir ja als mensch total eh von deiner persönlichkeit nur damit du weißt ich hasse nur deine spielweise ich weiß ja ich weiß ja wenn wir uns ab und zu was ich lieb das nächte ich weiß doch passt ja alles gut passt ja alles gut das muss handwerke aber in selben zeitabständen bis zum end des streams trotzdem genau ok von da sind wir gekommen ich will wieder ich will wieder raus hier damit ich wieder von den scheiß gargoyles ich hätte es aufgrund des bufferns fast verpasst boah schon zwei cheeseburger aber ich glaube die sind gar nicht mehr auf 1 euro ich habe letztens gesehen die kostet 1 euro 19 kann es sein dass diese 1 euro aktion vorbei ist ich glaube die kostet 1 euro 19 oder so weil letztes mal wollte ich mir zwei holen für 2 euro ging nicht das wird schon sprit ach so doch 1 20 dachte 1 1 19 ok da war ich ja gar nicht so weit entfernt von der wahrheit brauche ich jetzt eigentlich meine gasmaske hier nie oder kann ich mal g drücken nö geil kann ich die mit dem werfmesser einfach so um umklatschen tja da geht es wohl pleite her ich esse sowas nicht bin sportler was für eine freche Käse kostet 20 cent achso und der normale hamburger also hamburger ist dann für 1 euro ok äh ich kenne einen kochlöffel da kostet ein hamburger 79 cent und ein cheeseburger 99 cent fäb fäb ist noch kein offiziell anerkannte sport fäbben ok jetzt verstehe ich aus dem meisten schau mal nochmal hier ok trotzdem können wir ja durchsuchen was so ist kann ich ihn eigentlich so hinterrücks ermorden also das war vorderrücks aber ist egal oder ok sehen die anderen das wieviel messer habe ich denn noch und das scheiß messer wieder alter hat er genommen ja also das fand ich jetzt cool fäbbenfist das ist ja man schönes gags würdest du den sound noch laut aufdrehen und noch so ein gruseliges gesicht machen würde die leute öfter spenden das ist die maximale lautstärke das ist die max lautstärke eigentlich hier ich müsste den sound vielleicht irritieren und könnte noch mit mit irgendwelchen mit autos sind die möchte noch vielleicht lauter machen noch mehr aber das ist ja nicht max nur noch ein gruselgesicht ja hände mache ich so schattenspielchen anstatt gruselgesicht oder meinst du in der animation für das donut hey who the fuck is there guck zu dann war das gell jo king machen wir so nochmal kurz noch diese diese typen erledigen die sind aber alle zusammen da das ist voll blöd muss die separaten irgendwie nicht getroffen oder nicht getroffen oder das war aber da ein kopfschuss ja 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 Scheiße ich seh nix bei mir ist es total dunkel hier Problem ist ich seh nix total dunkel bei mir oben im Stream seht ihr auch die Säule vor euch krass Bandages brauchen sie mal aufpassen hier ja klar du mit deinem Call of Duty ich hab das auch nicht gespielt ich spiele einfach also ich hab nicht das richtige was ich letztens gespielt hab so Dungeons war es dann entweder Battlefield 2 es war aber auch nicht so oder Quake Quake 3 nur T müssen wir mal das spiel mal ein paar ich hab doch nur alle mit Messer erstaunen hast du nicht gesehen durchgerusht alle mit Messer ich wünschte es wäre ein bisschen heller ich sehe echt fast nur schwarz ich sehe den gar nicht am Boden liegen krass schade was hatten wir für eine Waffe eine verbesserte Pistole oder nee wow die Waffe die ich vorher hatte aber nur gepimpt hier mit Laser Visier du Kacke oh so hatten die damals schon Laser Visier gab es das was No Fab Gags ich hab äh Gags ich bin durch lautes Schaden zu nehmen und die großen Ballern etwas Half Kick zu verbrauchen noch mal noches mal für ein paar Wochen ja wie dachte es das so sein Spiel ist wie macht er nichts und aber mach mal mach mal jetzt mal ein giveaway hier so sind wir schon bei 3,30 zocken unser erstes zumindest jetzt heute schau mal dass wir das mal warte mal ich brauch dann ich brauch dann das Moment kurz austauschen wenn ich spiele spiele ohne Borderless und so ein Schmarrn dann brauche ich immer hier noch andere Sachen noch also machen wir mal was haben wir denn hier Raffles ich zeige das mal schnell das wird ein Ticket Raffle genau Ticket Cost 20 Maximum Ticket 25 22 24 25 25 Untertitelung des ZDF, 2020